Einen herzlichen Gruß aus Köln zum 30. November, dem Fest des Apostels Andreas. Was wissen wir von ihm? Er war Jünger des Johannes und er hat Jesus kennengelernt und hat seinen Bruder Simon, der später Petrus genannt wurde, zu Jesus gebracht. Danach erscheint er zwar immer wieder in den Evangelien, aber ohne besondere Konturen. Von der Überlieferung nach ist er nach der Auferstehung nach Kleinasien und nach Griechenland gegangen und hat auch dort im Jahr 60 das Martyrium erlitten an einem gekreuzten Kreuz wie ein X, dem sogenannten Andreaskreuz. Was können wir von ihm lernen? Andreas war die Brücke für Petrus. Andreas hat Jesus kennengelernt und er hat seinen Bruder zu Jesus geführt. Und mit diesem hatte Jesus etwas ganz Besonderes vor. Aber Simon hätte Jesus nicht ohne Andreas kennengelernt. Ein Apostel wurde Apostel für einen anderen Apostel. Manchmal ist das doch bei uns auch so. Wenn ich auf meinen Glauben schaue und meine Berufung, die ist nicht vom Himmel gefallen. Die verdanke ich auch meinen Eltern und meinen Brüdern, die mir geholfen haben, die Brücke zu Gott zu finden. Denken sie nicht zu gering von ihrem Leben. Ihr Zeugnis kann die Brücke für andere sein, mit denen Gott dann noch viel Größeres tut. Es kommt nicht darauf an, welches Amt man hat. Es kommt darauf an, Brücke zu Jesus zu sein, für andere Menschen. Dass uns das gelingt, das ist meine Bitte an diesem Tag für Sie und für mich. Soll ich das gleiche.